Willkommen in Brescia, dem Land inmitten der schönsten Seen Norditaliens, lombardischen Voralpen und der bezaubernden Hügel des Francia Corta. Auf halbem Weg zwischen Mailand und Venedig gelegen, ist Brescia von ganz Italien und den wichtigsten Hauptstädten Europas aus leicht erreichbar. Reich an Tradition, Kunst und Geschichte wird Brescia im Jahr 2023 die italienische Kulturhauptstadt sein, mit drei UNESCO-Welterbestätten, darunter die Felsritzungen des Valka Momica als erste in Italien anerkannte Städte. Abgesehen von Museen, Schlössern, historischen Residenzen und vier der schönsten Marktflecken Italiens. Die Vielfalt der Natur in Brescia garantiert Sport zu allen Jahreszeiten. Im Winter können Sie in den zahlreichen Skigebieten 270 Kilometer Pisten entdecken und den Nervenkitzel im Snowpark erleben. Oder auch eine Tour mit Schneeschuhen oder einem Hundeschletten und die Gastfreundschaft in den mehr als 40 Schutzhütten genießen. In der Sommersaison können Sie sich mit Ausflügen, Tracking, Klettern und Paragliding vergnügen. Sie können auch den Radweg entlang des Flusses Olio und den Greenway der Breschaner Täler nehmen. Oder eine der legendären Alpenetappen des Giro d'Italia erleben. In Brescia bedeutet Sommer auch Seen, an denen Sie Sport treiben oder in die Schönheit der historischen Dörfer entlang der Ufer eintauchen und so Emotionen erleben können. Auf dem Iseo-See können Sie zur Monte Isola, der größten Seeinsel Europas, die hundertprozentig autofrei ist, übersetzen. Am Gardasee in Gardone Riviera sticht das Vittoriale degli Italiani hervor, der vom Dichter Gabriele Danunzio geschaffene Museumskomplex. Die Rocca Danfo, eine napoleonische Festung, erhebt sich steil über dem Idrosee, dem höchsten der lombardischen Voralpenseen. In Brescia ist die Weinherstellung eine Kunst und die in der ganzen Welt bekannten Marken werden von den verschiedenen Konsortien, die die Qualität garantieren, geschützt. Hier werden Sie auch die Aromen und Düfte der Gerichte und Tradition entdecken, mit zahlreichen Erlebnissen in den Läden, wo Sie Wurstwaren, Altenkäse und das geschätzte native Olivenöl extra vom Gardasee und Iseo-See kosten können. Apropos Exzellenz, Brescia ist auch die Heimat der Mille Miglia, an der Nachstellung des berühmtesten Oldtimer-Rennens der Welt, das jedes Jahr Tausende von Besuchern anzieht. Brescia ist aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung seit jeher ein strategischer Standort für Unternehmen und Großveranstaltungen, die im Brixia-Forum und im Messezentrum Montichiari sowie in über 100 weiteren Einrichtungen im gesamten Gebiet stattfinden. Für Ihren Aufenthalt oder Ihren Urlaubstag stehen Ihnen eine große Auswahl an Hotels und anderen Unterkunftsmöglichkeiten, Spaß, Wellness und Golfplätze zur Verfügung. Ein abwechslungsreiches Gebiet, das Landschaften, Natur, Kultur, Tradition und Innovation umfasst. Was auch immer Ihre Vorstellung von Urlaub ist, willkommen an dem Ort, an dem Sie sich zu Hause fühlen werden. Brescia – Ihr nächstes Urlaubsziel.